Liebe Absolventinnen und Absolventen, nichts lebt mehr von einer guten Stimmung als eine Feier, vor allem eine Abschlussfeier, denn diese Feiern bleiben in Erinnerung. Es sind emotionale Momente nach großer Anstrengung, wo wir hoffnungsfroh nach vorne und dankbar nach hinten blicken können, und dies gemeinsam. Jetzt sind die Umstände so, dass wir dies heute nicht tun können. Wie gerne würden wir uns persönlich begrüßen und gemeinsam ihre Leistungen in den Mittelpunkt stellen. Aber sehen wir die besonderen Umstände als eine Herausforderung und wie wir alle damit und für die Zukunft mit dieser und in dieser Welt agieren können. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass Sie viel von dem Geist der Innovation, des Nachdenkens und daraus des Gestaltens mitgenommen haben. Und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie trotz der Umstände genau diese Haltung aus dem Studium des Denkens, Nachdenkens, Wollens und Gestaltens nicht verlieren, sondern für unsere Gesellschaft einsetzen können. Und wenn wir dies alle gemeinsam tun, dann werden wir viel erreichen können. Ein Tag wie heute wäre ein Tag zum Ausspannen, zum Chillen, zum Entspannen, zum Wiederholen, zum Nachdenken, zum Sich-Freuen. Alles Elemente des sozialen Zusammenlebens, das jetzt auf Distanz passieren soll. Deswegen lade ich Sie ein, in Ihrem Kreis zu Hause genau das zu tun und sich darauf zu freuen, wann und wie dies gemeinsam mit Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen, mit Ihren Familien und Freunden wieder möglich sein wird. Aber lassen Sie sich die innere gute Stimmung für heute nicht verderben. Diese Stärke, diese Erfahrung bleibt Ihnen. Und deshalb laden wir Sie ganz herzlich ein im nächsten Jahr, wenn wir hoffentlich Gelegenheit dazu haben, dann nachzufeiern. Wir wissen alle, es ist nicht dasselbe. Aber es ist eine Einladung, denn auch als Alumna und Alumnus sind Sie lebenslang Mitglied der Leuphana-Gemeinschaft. Und insofern steht die Einladung für viele Jahre. In diesem Sinne, im Sinne einer traditionellen akademischen Feier, gratuliere ich Ihnen im Namen der Leuphana-Universität und persönlich sehr herzlich zu Ihrem abgeschlossenen Studium und wünsche Ihnen für Ihren weiteren Lebensweg, egal wohin er Sie führt, alles Gute. Nicht nur, dass Sie gute Erinnerungen an die Universität haben, sondern dass Sie in Zukunft wieder vorbeischauen, in der ein oder anderen Funktion und Rolle, Erwartung und Hoffnung. Wir hoffen, dass die Erfahrungen, die Sie hier gemacht haben, Sie bewegen und Sie sich auf Basis dieser weiterbewegen. In diesem Sinne, herzliche Gratulation, alles Gute und auf eine gelingende Zukunft.